Okay, was? Ist jetzt der letzte Kampf eine eigene Staffel, oder wie? Ja, Staffelfinale nach einer anderen... Nach null anderen Folgen aufnehmen. So, mal gucken. Können wir noch irgendwas upgraden? Sieht nicht so aus, ne? Boss Monster mit Tammy zwölf Mann greifen? What? Aber was machen wir jetzt noch? Also, ich weiß noch nicht, was ist. Okay. Ich arbeite. Und zwar. Jawel. Ja, jetzt geht's noch nicht an den Tag. Mann. 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 Untertitelung. BR 2018 Die Viecher sind sowieso die besten gewesen, aber was ist das? Ironing, man? Really? Ach, die zwei leben ja noch, ne? Die Viecher sind sowieso. Die Viecher sind sowieso. So, Fishmade sollte, glaube ich, zuerst rausgehen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass der heilen kann. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was der konnte, aber es war nervig. Ich glaube, ich mache auch das obere Tier schon mal nicht. Das brauche ich dafür zwölf Runden. In der Zeit, äh... Ja, der heilt sich. Was macht das los? Ah, genau. Ja. Das war nervig. Pass auf, wenn wir das vielleicht... Wenn wir sie hier so schwächen können, dass sie ihn töten kann, dann heizt sie sich da wieder, ne? Aber ich glaube, das reicht noch nicht. Nee. Allein diese Musik. Aber er hat sich nicht geheilt. Das war's für heute. Pass auf. Wir schwächen ihn auch schon mal ein bisschen. Oh, er kann kontern. Oh, er kann kontern. Pass dich mal ein bisschen zurück. Hier kommt alle her. Hey, das passt genau. Wow. 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 What? Wow. 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 Ja, gut, das stand Feinde will mich ignorieren, aber, äh, Eloise. Vor allem, ich kann mich nicht daran erinnern, dass Ironing Man schon mal vorher dabei war. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Ironing Man schon mal vorher dabei war. Okay, ja, wir konzentrieren uns jetzt vollständig auf ihn. Und dazu, erstmal alle antanzen. Du machst deinen Kreis der Freundschaft. Du hast ein paar Free-Actions, die kann man mal benutzen. So, lass mir das immer mal dir. Na, sie dürfen wir auf keinen Fall verlieren, sonst haben wir das eigentlich jetzt schon verloren. Das auch noch. Au, nie. Die? Du hast ihn wählt? Wie? Wie? Oh, das war's. Es wird langsam ein bisschen knapp hier. Ich kann die gleich schlecht alle wieder überleben. So, wie sieht es mit dem Rest aus? Verteidigung bloß 500%, das bringt nicht wirklich was. Können wir Ironing Man aus dem Verkehr ziehen? Ah, vielleicht. Ich würde aber Eis sagen eher nicht. So, der ist schon mal weg. Jetzt wird es dann ... Jaaa, ne. Krass, der freut er vorst natürlich noch ne Runde. Oh! Wieso? Hä? Wieso ist das jetzt nicht die Reiche? Warte. Mann. Na gut, dann müssen wir halt jemand anderen heilen. Ich würde sogar sagen, können wir nicht. Pass auf, jetzt sind wir mal ein bisschen zurück. Das war's. Pass auf. Das Vieh. Der ist er. Ach, das ist Dr. Soap, okay. So, ich muss erst das machen. So, ich weiß nicht, ob das jetzt in den Teamwork-Angriff reingeht. Nee, das hat den Effekt gar nicht beendet. Soap, ich weiß nicht. sie muss ich jetzt erstmal selber heilen wir kriegen ihn sowieso nicht in der runde pass auf ihr kommt alle her oder doch er kann gewinnen oder auch nicht ernsthaft darf zweimal kontern dann schaffen wir uns den mal ja 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 das Pass auf. Wo kommst du hin? Du kommst bis da. So, schaffst du es noch? Ja. So, schaffst du es noch? So, schaffst du es noch? Ja. So, schaffst du es noch? 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 Ja. So, wir nehmen uns einfach direkt die Tür. So, schaffst du es noch? Ja. So, schaffst du es noch? Ja. Heute noch Heute noch Das war's für heute. 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 What? 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 Nee, tut's nicht. Ist das ne... ist das ne Brottelgun? Können wir? Ja. Wie weit können die laufen? Warte, ist auf. Warte, was? Ach stimmt, ich hab den blauen ja auch schon benutzt. Also wir haben ne Portalgun, das Schwert erkenne ich gerade nicht und das erkenne ich gerade auch nicht. Ja, aber ich hab da dezent was gegen. Hm. Wow. Pass auf. Naste. Und schon verkackt. Okay, die kann auch nicht ewig weit laufen. Hab ich was gefühlt, der tut herein gar nichts, da er keine Waffe hat. Okay. 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 So. Wo ist mein roter Ranger? Ja, das würde helfen, wenn nicht der cooldown noch wäre. Dann... Okay. 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 So. So. Du benutzt bei den Hilduken auch dir selber. Und jetzt sind das. Pass auf. Also. Oder auch andere Fall. Dann müssen wir es halt so machen. Hä? Hätte sie das jetzt nicht heilen müssen? Da drüben bräuchte ich mal ihn hier. Warte, aber das könnte funktionieren. Tut es denn aber nicht. Das ist doof. So. Was? Gibt das nicht den Mega-Boost? Ja, aber doch, es kommt hin. Doch. Ich dachte, die Deutsche machen ein bisschen mehr Damage. Okay, die müssen sich wohl erst daneben stellen und dann in der nächsten Runde können sie... Ne, er nimmt sich jetzt einfach eine. Ach, der benutzt die nur einmal, oder wie? Okay. So. Das funktioniert nicht. Was macht das? 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 Das macht die CS Loch? Woher ist dann einer Datenschrestling? Was macht das? Was macht das? Was macht das? Be Nut Lewis? Handsurft. Ach, was macht jetzt mein Fernseher? Der kann sich grad nicht entscheiden, ob er mir was zeigen möchte. Ach, komm schon. Jetzt kann ich das nicht mehr auslösen, weil er da nicht dran kommt. Portalkanone, was? Ah. Wie viel Damage hat der nicht genug? Wieso kannst du ihn jetzt nicht angreifen? Verklärst du mir das bitte? Aber so geht's. Heile dich nochmal. So, jetzt hat sie die Tiger Stance. Das war aber ein bisschen Overkill. So, jetzt hat sie die Tiger Stance. Aber das Kabel ist einfach nicht mehr in Ordnung. Ich muss mir das mal ansehen. So, wer fährt er noch? Oh, die Hälfte. So, bitte funktioniere. So weit das passiert ist, kann ich die darüber holen. 171. Tschüss. Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, das haben wir schon verloren. Das ist echt kacke. Die zwei sind down. Und einer davon ist der Heiler. Okay. 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 So. So, jetzt bin ich bitte der gelbe Ranger. Ohne ihn wird das dezent schwierig. Ja, der überlebt das nicht. Vielleicht hat er den roten Ranger auch noch erwischt. Ich muss da ganz anders rangehen. Ich muss da ganz anders rangehen. Ich muss da ganz anders rangehen. Was? Final Four. Ah, okay, weil wir ihn unter, was war es, 3000, 2000 gebracht haben. Wir haben wohl doch noch eine Chance. Ich muss da ganz anders rangehen. Ah, warte, du hast das Drachenschwert. Warte. 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 Warte, warte. Stehen die immer die ganze Zeit auf? Hellen der 30 HP, äh, 30% der HP und What? Warum? Was ist das? Das war's. Finish it. Ja, das können wir machen. Was? Wieso nicht? Ach, weil der... Boah, wegen... Deswegen? Weil der Typ in der Fähigkeit war. Das Kickstarter-Projekt, ja... Das Kickstarter-Projekt, ja... Oh, aber ich glaube, der hat nur eine Phase, oder? Der hat nur eine Phase. Das heißt aber leider auch, dass wir uns nicht heilen können. Oh Gott. Alter! Selbst mit dem Bonus und Perfekt kriegen wir extrem Damage. Also ich hoffe, hier ist auch noch so ein Gimmick wie gerade, weil sonst... Können wir das, glaube ich, hier gerade nicht gewinnen. Spezialattacke. Ach, ernsthaft? Ich glaube nicht, dass wir das so schaffen sollen. Ja, dafür macht er einfach einen viel zu großen Sprung. Ich wollte schon sagen, das soll passieren. Warte, wie hoch geht das? Ernsthaft? Das hört einfach nicht auf. Ähm, haben wir gerade 10.000%... What the fuck? Wir haben gerade 10.000% Hit-Chance. Und Dead-Combo-Multiplyer. Ja. 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 Das war's. Das ist natürlich jetzt wieder ihren alten Anzug. Das war's. Das war's. Ah, okay, und dann war's das wohl mit Let's Play Chroma Squad. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Projekt wieder. Ich weiß noch nicht, welches das sein wird, aber ich werde es wahrscheinlich wieder streamen. Das heißt, folgt mir am besten auf Hitbox, damit ihr es nicht verpasst. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020